Wenn du nochmal beten willst, dann tu's jetzt. Und hier ein bisschen aufmischen, ne? Und das sieht man so? Spüren die das? Abteilung für Stadtplanung. Die kümmern sich um Reaktoren. Das ist ja cool. Was die nicht erst machen? Was hat das mit Stadtplanung zu tun? Ja, vielleicht haben die nicht so viele Abteilungen. Das ist der normale Betrieb. Da arbeitet niemand. Nur ein paar Monster anwesend. Woran erkennen die das? An der Farbe der Lampen? Könntest du bitte da rechte Seite noch die Kiste abmachen? Und da hat die Stadt da. Oder sieht man Kisten und dergleichen? Auf der Minimap. Nö, ne? Inspektion des Makroreaktors. Sie sagen es jetzt nochmal. Wir haben eine endlose Leiter. Auch ein schöner Arbeitsplatz, ne? Von Arbeitssicherung haben die auch, weiß nicht, kommt nicht so drauf an. Ich denke mal, Menschen haben so genug. Wobei, in dem Dorf leben gar nicht so viele. Wo wohnen eigentlich die Arbeiter? Frage ich mich da. Aber da ja offensichtlich auch niemand arbeitet, muss man sich darüber auch keine Gedanken machen. Scheint alles vollautomatisiert. Kann man auch nicht sagen, was ist denn da? Okay, Bärschleiße. Wenn du nochmal beten willst, dann tue es jetzt. Okay. Da scheint was ausgebrochen zu sein. Das sieht doch jetzt nicht anders aus wie diese anderen Viecher, oder? Was ist das hier alles? Scheint jedenfalls kein normaler Makro-Reaktor zu sein. Oh. Genova? Aber das war doch... Hm. Vielleicht gibt's hier Geschwister. Oh. Es ist der Druckabfall in den Kapseln, der die Störung verursacht. Cloud, schließt das Ventil vor der Tür. Oh. Verstanden. Will der, dass wir... ...schließt das Ventil vor der Tür. Aber andererseits, wer guckt... ...und ja, die Tür wird hier kaum zufallen. Machen wir das doch mal. War's das schon? Nee. Nochmal. Also so richtig, richtig vertrauenserweckend sieht dieses Ventil jetzt nicht aus. Gleich haben wir's in der Hand. Hey. Mach fest, kommt ab. Das weißt du, Junge, ne? Okay. Okay. Zurück zum Kapselraum. Ja dann. Okay. Ich... Ah. Saphiros! Diese Kapseln... ...dienen eigentlich der Synthese von Materia. Aber Hojo hat einfach Tiere da reingesteckt und sie mit Mako behandelt. Deshalb wimmelt es hier von Ungeheuern. Oh. Und das hat Hojo anscheinend noch nicht gereicht. Er hat nicht nur Tiere benutzt. Nein. Sie sind. Oh Gott. Die waren es? Mom. Meine Mutter hieß Genova. Kann es sein, dass ich auf dieselbe Weise erschaffen wurde? Sollte ich diesen Ungeheuern etwa gleichen? Severus? Schon in meiner Kindheit habe ich es gespürt, dass ich nicht wie die anderen war. Ich habe mich schon immer besonders gefühlt. Aber... Doch so... ...hatte ich es nicht gemeint. Aber ganz ehrlich, fühlt sich nicht jeder besonders? Wie sind denn die anderen? Hm. Schreibt sie mal in die Kommentare. Am Ende kein Mensch. Wir sind dann wieder ins Dorf zurückgekehrt. Aber... Sephiroth hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Für diesen Abend war eigentlich ein gemeinsames Essen mit dem Bürgermeister geplant. Er war wohl ziemlich enttäuscht, als das dann ausfiel. Und was war mit Sephiroth? Wie ging es weiter? Der ist nachts irgendwann verschwunden. War das eigentlich eine Tür, wo dieses Genova dran stand? Oder war das eine Wand? Das war eine Tür, oder? Nebelheim in der Nacht. Ja. Alle Betten leer. Wer hätte da jetzt liegen sollen? Wir gehen nochmal gucken. Machen wir ein bisschen Einrichtung? Ne, doch nicht? Ja. Immerhin. Anständig. So wie es aussieht, gibt es hier tatsächlich nichts. Zephyros ist zur Shinravella gegangen, wortlos und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Sowas macht man doch nicht. Ja, das gehört sich nicht. Falls du Zephyros suchst, der ist gerade rausgegangen. Vielleicht ein Spaziergang? Was wollen die uns nur sagen? Du suchst Zephyros. Hey. Der hat die Haarlage vorhin verlassen. Die wollen uns loswerden. Von der Lage im Reaktor habe ich auch noch nichts gehört. Muss ich mir etwas Sorgen machen? Nein, nein. Bleib du bei deinen Problemen. Woher kennen die den? Die wissen doch gar nicht, wie der eigentlich ist, oder? Hm. Vor allem, wer ist das? Ja. Ja. Also, mit den Rätseln, das machen sie jetzt nicht so kompliziert, ne? Wir hören sogar Leute vorne weg, damit man wissen, wie es lang geht. Man hatte sie in Shinra's Anfangstagen errichtet. Also, ich glaube, früher hat sowas... Na, wie war das früher? Die Urstücksmiete war die wohl wichtigste Einnahmequelle für Nibelheim. Haupteingang. Da wären wir. Und nun? In der Villa ist es stockfinster. Der schläft bestimmt, oder? Und was, wenn er zusammengebrochen ist? Der Held Zephyros? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Leute haben echt nichts zu tun. Vor allem nicht abends, ne? Oder nachts. Rennen die da einfach draußen rum? Sehr eigenartig. Okay, jetzt gibt es hier so eine Villa. Ich besuchte das ganze Gebäude. Aber Zephyros war wie vom Erdboden verschluckt. Ich schmisse... Da, da, das geht auf. Da war doch gerade ein Schalter, oder? Gehen wir da zum Schluss hin. War das nicht ein Schrank? Oder war das eine Tür? Und wir gucken erst mal woanders. Okay, hier geht es nicht weiter. Wir hoffen, dass das was Wichtiges ist. Da. Das ist eine Tür, oder? Eine Tür. Fahrstuhl? Okay. Okay, dann gehen wir da mal rein. So eine alte Villa mit Fahrstuhl. Sauber. Also. In Japan haben sie echt interessante Gestaltungen. Ja. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Wie tief in der Erde sind wir? Was steht da? Konntest ihr mitlesen? Danger. Okay. Und Zephyrod weiß, dass das hier ist. Offensichtlich. Verschlossen. Okay. Gehen wir mal hier lang? Ah. Geborgen aus einer 2000-jährigen Gesteinsschicht. Ein bewusstloses Wesen. Professor Gast torfte es dann auf den Namen Genova. Müh Egil. Das Jahr 1977. 7. Juli. Genova gehört zum alten Volk. Oh. Oh. Müh Egil. Das Jahr 1977. 13. September. Projekt Genova genehmigt. Man taufte das Wesen. Also Genova. Eine vom alten Volk. Ja. Altes Volk. Und genehmigte Projekt Genova. Zephyros. Was machst du hier? Lass mich bitte allein. Oh. Er las weiter wie besessen. Und das Licht ging kein einziges Mal aus. Ab da hat sich Zephyros im Keller der Villa verkrochen. Und wie ein Besessener all die Akten studiert. Ich vermute mal, dass hier der Direktor oder so gewohnt hat. Nibelheim sieben Tage später. In der Nacht. Die verschlossene Tür im Reaktor. Der Name von Zephyros Mutter. Das alte Volk. Ach Mann. Das ganze Grübeln bringt ja doch nichts. Ich muss mit ihm reden. Ich glaube, clevere Idee. Die Waffe mitzunehmen. Das Geschöpf, welches man aus der 2000 Jahre alten Gesteinsschicht bag, wirkte als würde es sanft und friedlich lächeln. Mir war schnell klar, dass diese Kreatur nichts anderes sein konnte als eine Angehörige des legendären alten Volkes. Ich taufte sie in Folge auf den Namen Genova. Kurz darauf nahm das Genova-Projekt seinen Anfang. Mit dem Ziel einer Reproduktion des alten Volkes. Und so erblickte ich das Licht der Welt. Der Leiter des Genova-Projekts. Der renommierte Wissenschaftler Professor Gast hat mich künstlich erschaffen. Künstlich erschaffen? Harte Nummer, aber ist das so schlimm? Ist natürlich blöd, wenn man belogen wird, klar. Aber ändert das, wer man ist? Ja, vielleicht schon. Mutter erwartet mich Nein! Geh nicht, Safety Russell! Au. Ist das jetzt so schlimm, weil er hingeht? Ich hätte eher gesagt, ich komme mit. Das verstehe ich gerade nicht. Oh. Okay. So im Nachhinein. Ach Gott. Oh nein. Lichterlohe Flammen. Wieso brennt hier alles? Was können die denn dafür? Hey, du! Steh hier nicht rum! Hilf so viel, wie du kannst! Gott! Kurzer Blick in die Karte. Was müssen wir denn hier machen? Okay, offensichtlich mal überleben. Lauf! Ey, wir bewegen sie doch gleich noch. Was geht denn hier? Ja, mein Sohn ist doch im Dau. Bleib hier, es ist zu spät. Mama. Oh Gott. Sorge um Mama. Herr Bürgermeister, war das wirklich Saffi Roth? Bitte? Warum hat er... Hallo? Kümmert euch jetzt mal nicht um den Typen. So. Kann das gewesen sein? Oh je. Hey, bitte. Ich meine, wir wissen ja eigentlich schon, was passiert ist, ne? Oh, das kann doch nicht sein. Kannst du nicht mal wieder schneller laufen? Wo ist er denn? Ist das der, der da... Ist das nervig? Ich... Der humpelt doch schneller. Und jetzt? Ja, und wie? Wo müssen wir eigentlich hin? Ey. Ähm, okay. Der hat kurz seinen Text vergessen. Fast geschafft. Ist das... Ey, bitte. Macht's auch nicht so spannend. Das ist so übel. Ich hab jetzt eigentlich gar keine Nerven für so... ...hochdramatisches Zeugs. Hör auf! Macht der immer noch? Ja. Wie stark sind wir verletzt? Ey, wir haben doch alle möglichen Heilzauber. Warum benutzen wir nichts? Ey. Ach, das funktioniert. Ist richtig. Oh ne. Komm, ey. Versprich mir, dass du niemals stirbst. Versprich mir, dass du niemals stirbst. Versprich mir, dass du niemals stirbst. Oh Mann. So klasse, die mich heiß. So klasse, die mich heiß. Überlebe. Oh Gott, war das der Typ? Was geht mit dem? Warum? Was können denn die Dorfbewohner dafür? Was ändert das? Hat er jetzt der gesamten Menschheit den Krieg erklärt? Was soll das? Ja, komm, jetzt drück. L2. L2. Er kann so wenigstens reden. Lenk ihn ab. Ey, bringt er jetzt das ganze Dorf um? Okay, da sollen wir uns nicht einmischen. Wir haben es eh nicht hingekriegt mit dem Krabbeln. Jetzt dürfen wir noch zugucken, wie der alle umbringt. Toll. Okay, irgendwie müssen wir ihn ja hassen, ne? Warum schießt denn keiner? Kannst du den Bürgermeister retten? Ich glaube nicht. Ich hoffe, tiefer ist sie in Sicherheit. Oh Gott, ist das eklig. Das ist immer hochdramatisch. Okay. Okay. Mutter, ich komme zu dir. Ist es jetzt wirklich so, dass Menschen einfach nur unwichtig geworden sind für ihn? Er als Obermensch oder als Oberwesen? Marco Reaktor von Nebelheim. Papa und ich waren schon geflohen. Aber dann meinte er, er könnte Saphiross vielleicht zur Besinnung bringen und ist ihm gefolgt. Papa! Das war Saphiross nicht? Er hat das getan, oder? Saphiross. Saldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle! Oh nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mutter, ich bin hier. Lass mich bitte ein zu dir. Wie konntest du nur... Wie konntest du so etwas tun? Nein! Ey, ganz ehrlich, wir sind wirklich die nutzloseste Person, die sie auf diese Mission hätten schicken können. Könntest du jetzt bitte heilen? Könntest du jetzt bitte heilen? Dabei hattest du doch versprochen zu helfen, wenn ich nur in Not bin. Ey. Ach, jetzt kannst du laufen, oder wie? Hä? Äh. Mutter, ich bin es. Mutter, lass uns diesen Planeten zurückfordern. Ich, ich hatte eine Vision vom verheißenen Land. Sie sind wieder hier. Sie kamen und entrissen dir diesen Planeten. Ein Sakrileg. Doch gräme dich nicht, Mutter. Ist der dumm? Das ist doch ein Roboter. Was ist denn? Ich bin es. Ich bin es. Ja, ich bin es. Ich bin es. Mutter, von nun an werde ich immer bei dir sein. Das sind Komplexe. Hat die ihn übernommen? Du hast meine Mutter und Tifa getötet und das Dorf in Brand gesetzt. Ich bin der Auserwählte. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Dabei habe ich dir vertraut, aber du bist nicht länger der strahlende Held, den ich einst kannte! Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Motiv